Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange, lange ist es her, ich habe wieder Bock YouTube zu machen. Ich hatte generell Bock YouTube zu machen, aber so zeitlich ist ja auch egal. Das juckt jetzt ja gar keinem. Ihr seht anhand schon, anhand von dem, was ihr seht, ist egal, ihr wisst was ich meine, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich möchte aber was anderes aufnehmen und zwar, ich habe es mal sortiert, von alt nach neu. Wir gucken uns heute das allererste Gaming-Video auf meinem Kanal an, beziehungsweise generell das erste Video auf meinem Kanal. Hinter der Stieger-Gegner will es reinlegen, Badwars auf revinsight.tv. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut es unbedingt mal an, ich werde es nur so ein bisschen zusammenschneiden im Video. Es hat knapp 500 Aufrufe vor zwei Jahren. Ich bin gespannt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badwars auf dem Revi-Server. Also ganz kurz vorab, die Sound sind ein bisschen laut scheinbar und die Begrüßung ist so, ja, hallo, willkommen, du müsst das nicht gucken, könnt ihr natürlich so. Das ist so desinteressiert, so heute bin ich so ein Jo und früher so ein Hallo. Also, ja, aber gut, das ist ja auch, vor allem, ich sage, zu einem neuen Video auf meinem Kanal, es ist das erste Video auf meinem Kanal. Vielleicht ist es auch ein Zusammenschnitt gewesen, also dass ich zum Beispiel mehrfach vorher schon aufgenommen habe und das jetzt quasi teile, das hier nicht drin lasse. Ihr wisst, was ich meine, wir gucken weiter. Ich halte mein Maul. Wir versuchen heute mal wieder zu gewinnen. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Wir versuchen uns erstmal eine ganz schöne... Man beachtet übrigens die alte Lobby. Wer das von euch nicht kennt, ich habe übrigens 32 Spielstunden, das ist die erste Lobby, die ich damals kennengelernt habe. Diese Piraten-Lobby, so ähnlich war das? Lobby aus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Runde beginnt. Wer ist gleich? Wer ist gleich. So, da sind wir jetzt im Game. Wir spielen heute mit dem lieben... Oh, ganz kurz nochmal, ich werde übrigens häufiger unterbrechen. Ähm, gibt es die Game-ID noch? Wenn die noch gespeichert wäre, das wäre so geil. Könnt ihr mal ausprobieren, dann seht ihr rechts oben die Game-ID. Oder rechts im Scoreboard die Game-ID. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Zum Mal 10. Mal gucken, was das für ein netter Kollege ist. Ob der auch ein bisschen fähig ist und was tut, oder ob der einfach so wie beim letzten Mal rumsteht. Was für ein letztes Mal? Es gibt kein letztes Mal, das ist das erste Video. Wir bauen uns natürlich zunächst erstmal vor. Ja, ich weiß, es gibt die Möglichkeit zu fastbridgen. Gibt es, Markus? Da bin ich erstens kein Freund von, weil ihr werdet gleich unten links in der Ecke sehen, dass wieder Leute runterfallen werden. Das ist Punkt 1, warum ich fastbridgen nicht mag. Und zwar in zweitens aber nicht kann. Geil. Das habe ich jetzt gesagt, das stimmt natürlich. Siehst du, da fährt der erste schon runter. Okay. Los, bau dich hin. Ist das dein Ernst? Ein Block. Du gibst mir einen Block. Und der geht. Und der geht einfach. Du gibst, du gibst, du gibst, du gibst mir einen Block. Du gibst mir einen Block. Luigi, warum tust du? Aber einen Block, nicht einen Block. So viel machen. Ist der Wahnsinn, oder? Ist krass. Was macht er jetzt? Na komm, gib mir mehr. Oh, einen Block wieder. Oh, mehr Blöcke. Okay. Wir schwimmen ein bisschen vor. Ich würde gerne in die Mitte gehen. Nein, natürlich können wir nicht in die Mitte gehen, weil Mr. Old Mile oder Old Mill oder wie auch immer. Ja. Immer sind die anderen Schwarz. Und der heißt Old Mile. Immer. Kennt ihr das? Old ist Englisch. So heißt Mile auch. Ja. Der ist Mile auch in Englisch. Ganz einfach. Easy. So mein Freund. So mein Freund. Komm mal mit, komm. Na komm. Ich war übrigens nüchtern beim Aufnehmen. Aber die anderen haben definitiv schon Gold. Ja. Wir kriegen es sich da auch schon wieder halb. Das ist aber nicht schön. Ja, die haben sogar schon Bogen. Läuft bei denen. Können wir auch nicht aimen. Also genauso schlecht, wie ich damals geaimt habe. Ich aim heute übrigens nicht unbedingt besser. Aber irgendwie. Weißt du nicht, wir sind eh schon so spät. Was mach ich da? Was mach ich da? Guck mal. Ich würde ja eigentlich noch hochgehen wollen, aber irgendwie. Hab ich da verkackt zu klicken, oder? Guck mal. Ich würde ja eigentlich noch hochgehen wollen, aber irgendwie. Übrigens, achtet man darauf, während ich baue, auf den Hintergrundsaug. Das ist eh, dass das nicht klappt. Ich werde hier irgendwo warten, schon die anderen. Ich klicke bei jedem Block, den ich setze. Einmal. Oh, oh, oh. Danke. Das ist jetzt wieder tot. Was macht der denn? So ist der Gelb. Oh, oh. Maschine tot. Ja, das wird tot. So ist tot. Okay. Okay. Maschine. Genau, ich glaube, früher konnte man das Gras nicht replace mit. Mit einem Block. Das geht jetzt ja schon. Das ging damals nicht. Du konntest das von der Hand wegschlagen. Also schießt du uns da? Ich glaube, wenn es gerade jemanden hochgekommen ist. Wir haben Gold. Wir haben Gold. Lauf, lauf, lauf. Laufen wir das? Ja. Psst. Nicht, nicht, nicht. Laufen. Einfach laufen. Nein, nicht bauen. Lauf. Hab ich das gerade zugebaut? Oh mein Gott. Man achtet übrigens auf die Hintergrundgeräusche, die übel laut sind übrigens. Da schießt jemand auf uns. Finde ich nicht so witzig. Nur sind wir runtergefallen. Super. Ich habe mich voll erschrocken. Hätte ja klappen können. Destroys. Unser Teammate ist, keine Ahnung wo. Hieß Janik damals Destroys YouTube? Oder ist das ein Faker? Dann erquillen muss man schnell. Schreib es mal in die Kommentare. Ich habe keine Lust, dass der Radio kommt. Ich stumm wieder ein bisschen vor. Ich habe mich eine volle Rüstung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut. Wir haben noch ein Recht. Schade. Hallo? Ich wollte uns gerade überlegen, ob man sich noch eine Spitzhack, äh hier eine Stärke dran kommt. Du hast die Musik im Hintergrund noch an. Gehirn aufwachen. Ob man sich noch, ja, ob man was. Yo. Alter. Es ist so laut mit Kopfhörern. Ich glaube ich hatte damals auch nur eine einzige Audiospur. Sprich Mikrofon und In-Game-Sound direkt eine Spur. Da ist der Nächste, den kriegen wir doch gar nicht. Schade. Meter drüber. Jetzt habe ich ja auch im Teamspeak und jede Person eine Aufnahmespur. Oder Audiospur. Nee, Team Lila, die haben es auf uns abgesehen. Au. Alter, ist das laut. Holy shit, wie kann man den Ton so laut haben? Wer hat es aber auch auf uns abgesehen? Was ist denn los mit dem Dude? Was ist was? Wer hat es aber auch auf uns abgesehen? Was ist denn los mit dem Dude? Ja, mit dem Dude. Ich war cool. Was ist los mit dem Dude? Wenn der jetzt kommt, bin ich so krass. Voll krass, Alter, ich war. Schon eine Maschine, ne? Also so, was ist denn los mit dem Dude? Ist geläftet, kann das sein? Sind wir alleine? Ja, eins, eins, eins. Okay. Nicht so schön. Alle weg. Wir warten noch, bis wir ein bisschen gerackt haben. Ja, gerackt. Die Aussprache. Ich wollte gerade ein bisschen Fein auf seinem, glaube ich. Der ist komplett rausgegangen gerade. Was mache ich? Guck mal, guck mal. Ich treff ihn nicht mal. Der ist ein Meter entfernt. Aua. Ich ist ein Meter entfernt und ich treff ihn nicht. Wie kann man so schlecht sein? Wo ich schon den großen Bogen habe. Hätte ich nicht gehört. Au. Das ist krass. Oh, Markus. Vergangenheits-Markus. Mach den Tonleiter. Bitte. Und die hinter... Wie kann man die Minecraft-Musik anhaben? Ich habe mir tatsächlich einen Trank rum. Also, ist ja ganz romantisch, ne? Er versucht, es von der Seite vorbeizuschießen. Ja, genau. Nicht, dass der Fall so im Kreis fliegt. Aber ganz so leicht. Hä? Oh, lol. Ja, jetzt kommt er von der anderen Seite. Sehr feige. Sehr, sehr feige, sich von hinten anzuschleichen. Wie assi. Ich wurde von beiden Seiten kaputtgeballert. Wenn er meint, dass ihm das was nützt. Aber auch die Blöcke und so. Es gibt Glouster und so. Es ist noch ein bisschen. Alter, hat sich voll verändert. Ich werde nicht schlau sein. Krass. Also, jetzt nicht so krass verändert, aber... Sonst wären die ja schon hier. Ich könnte übrigens nicht hotkemen. Ich glaube, unser Bett ist auch nicht eingebaut. Weil der Typ viel zu früh gegangen ist. Ja. Ja. Na, ist nicht eingebaut. Das ist ein bisschen provisorisch zu. Für jeden Block klick ich. Oh mein Gott. Ich glaube, bei meinem Glück ist das gleich. Oh mein Gott, ist das cringe. Da war der Dealer. Oh, ist gestorben. Das war ein bisschen beinlich. Habe den Dealer auch tatsächlich für Mitspieler gehalten. Hey, der stirbt und geht. Aber unsere lieben Freunde hier, Team... Was sind wir überhaupt? Ich habe übrigens nie auf den Chat geachtet. Oh Gott, das ist das Finale gegen Team Lila. Ich habe nie auf den fucking Chat geachtet. Läuft. Läuft mit E. Ah, hat er mitgekriegt. Recht? Ah, gut. Na, der kommt ja gleich definitiv her. Ja. Und der hat uns fertig. Fickt uns gleich. Das sind halt diese Menschen, die ich nicht abkann. Die warten drauf, bis jemand runtergefallen ist. Rennen dann rüber. Jetzt versuche ich übrigens gerade ausreden zu finden, warum wir gleich verlieren werden. Ja, wie gesagt, ich würde keinen Frieden mit ihm schließen. Das ist jetzt... Wäre aber erlaubt. Wäre erlaubt. Weil wir allein sind. Ich traue der ganzen Sache nicht. Das wäre tatsächlich erlaubt. Und ich frage mich echt, ob es Yannick ist oder nicht. Doppel-Z war das, ne? D-E-Z-Z-Troys. Name. MC. Hallo? Achso, wegen F11. Das ist auch so ein Fehler, ne? Äh... Destroys YouTube. Ist aber nicht der jetzige Destroys, oder? Nee. Ja, ist okay. Geh weg. Doch, ist das nicht Destroys Skin? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, was Yannick für uns gehen hat. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber auch... 500 Aufrufe von knapp zweieinhalb Jahren. Und vier Kommentare, die knapp... Na gut, hier ist ein Jahr, elf Monate. Okay, ich wollte gerade sagen, die relativ neu sind, aber... Da bin ich zu spät. Schreibt denn der. Du auch? Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Wie lange ich einfach nicht rede in einem Video. Noch keine hintere Musik, gar nichts. Ja, was ist denn los? Okay. Also, wie gesagt, Teaming unter zwei Leuten, die über sind, ist erlaubt. Jetzt frage ich tatsächlich das gegnerische Team, ob ich mir Gold holen darf. Der wird mich definitiv runterstoßen. Definitiv. Ja, doch nicht. Er hat sich Gold geholt. Achte auf die Zeit. Das interessiert noch gar nicht, dass ich jetzt weggehe, ne? Beziehungsweise, dass ich einfach stehe und nichts tue. Hä, wie geht denn das aus? Gewinne ich noch? Wer endet jetzt zu unserer Base? Ja. Gut, dann gehe ich zu deiner Base, mein Freund. Ich bin doch nicht bescheuert. Was ein Wichser. Was ein asozialer Wichser. Aber ich weiß, wie man springt. Also, gold. Oh. Ah ja. Ja. Hoch, ja. Ja. Okay, Gras kommt man wohl doch. Replace schon. Entschuldigung. Dann war das vielleicht irgendwie ein Pilz, der da vorher war. Oh. War das gut, der Guttmann. Guck mal. 12 Gold, 25 Eis. Also, ich damit nicht gewinne, ne? Das war so klar. Das war so verdammt klar. Und dann bringt er sich jetzt um. Au. Genau das war ja das, was ich prophezeit hatte. Dass der unser Bett abbauen wird. Sei ja gleich. Und sich jetzt auf den Wichel hermacht. Ich hole mir eins auf den Bogen. Warum hole ich mir kein Eisenschwert? Ich bin so dumm. Ich wette mit euch. Ja? Mit was wettest du denn? Um was wettest du denn? Vorne hat er einen. Wo ist er denn jetzt? Weg. Der teleportiert sich bestimmt oder so. Jo. Wie lange habe ich gebraucht, um Jod zu... Es ist egal. Ich sage gar nichts dazu. Ich sage einfach gar nichts mehr. Das ist einfach peinlich. Guck mal, da ist er. Destroys YouTube. Der verarscht uns. Der kommt vielleicht her. Nimm das Eisen und hol dir noch einen Trank oder so. Metzel uns. Geh weg. Geh weg. Was machen wir da? Nutz dich jetzt die Chance und mach ihn runter. Oha! Nutz dich jetzt die Chance und mach ihn runter. Ich war schon richtig so ein Arsch noch. Ey, voll den Moves. Töte ich ihn jetzt so. Ey, hau auf. Au. Ja, komm. Lappen? Low? Hä? Läuft. Hä? Das war eine relativ... Das war doch jetzt voll fair geworden. Er greift mich einfach an. Mal eine Runde, aber immer wieder diese Leute, die einen verarschen wollen. Ich finde es einfach nicht fair. Premium, Lobby. Ich hatte sogar damals schon Premium. Ich glaube sogar schon Lifetime. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, am Anfang schreibt er uns von Javier Frieden. Ich glaube, ich habe mir relativ früh, als ich darauf gespielt habe, einen Lifetime rangekauft. Ich glaube schon. Das war tatsächlich sehr... Was daraus geworden? Gar nichts. Da gucke ich auf den Boden genau. Immer dieselben Leute, die sagen Frieden und dann bauen die... Ich musste auf den Boden gucken, weil vor mir eine Person lief, äh, gar nicht wahr. Weil die Render Distanz so hoch war, dass das vom damaligen Rechner nicht mehr gerendert werden konnte, das geleckt hat. Das war mir peinlich und unangenehm. Darum habe ich immer auf den Boden geguckt, bei der Lobby, weil die Lobby so detailreich ist. Und ich dachte so, nee, und dann leckt das und dann lachen die Leute mich aus und peinlich. Laufen bin ich direkt rübergegangen. Und er dachte wahrscheinlich, ich sehe nicht, dass er rübergeht. Oder drehe mich halt nicht um, habe ich hier mal gesehen. Ich bin halt ein Profi, ne? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Folgt mir auf Twitter. Link ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bad Wars. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn, haust du drin. Tschüss. Ja, warte, das kriegen wir fast hin. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bad Wars. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn, haust du drin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.